Ist da ne Glasscheibe? Ja. Soll ich jetzt? Ja, hopp. Ah! Okay. Äh. Tschüss! Sorry! Ah! Yay! Geil! Nein! Oh! Mehr Glück als Verstand! Bring mal runter! Wie soll ich allein die Kiste noch hinkriegen? Bring mal runter! Hey, ich flieg woanders hin. Ja, ich weiß. Muss einfach hier drauf kommen. Voll hart aufgeschlagen. Warte. Das! Er springt. Guck. Er zieht sich hoch. Was ist fettig? Läuft. Ich hab's gar nicht geschafft. Springt. Ey, mit einem Satz. Ja, jetzt musst du nicht auf. Cactusboy, komm schnell! Ja, sorry. War ja noch ein paar Pappenpennen. Das hat mir zu lange gedauert. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Was dann? Hätte ich mal Hose aber einbemalt. Kannst du ja noch? Meinst du? Noch bemalen? Ja, aber wenn dann muss so ein... Ja, aber ich versuche Glas drauf zu legen, das ist aber nicht geklappt. Weg damit! Stell dich mal hier drauf zum Fenster ab. Ja schön. Der kleine, dicke Mann. Ah, okay. Sagenhaft. Nach unten. Arm hoch. Unterdrücken. Ich hab voll den Tüchdruck, Alter. Hilf mir! Warte, jetzt. Hilf mir! Jetzt hab ich den Trick des Jahrhunderts. Ich stell mich hier drauf. Und gelähmt, Alter. Dann fahr ich mich selber hoch. Ich zieh mich praktisch selbst an den Haaren aus dem Sumpf. Nein! Halt dich fest! Blöder Fettsack. Ich bin... Ich bin irgendwie gelähmt. Aber... Ich kann mich nicht bewegen. Ich richtig... Guck mich an! Hm? Wo? Ich kann mich nicht richtig bewegen. Ich kann nur meine Arme bewegen. Deshalb kann ich mich wegziehen. Ich helf dir. Nein! 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 Was? Es stimmt mit dir nicht. Ich bin zu dumm. Steh auf! Ich brauch deine Hilfe. Kann ich! Oh! Jetzt! Guck, guck, guck! Ich komme! Ich komme! Wir erleben die Geburt eines Schweines. Nein! Einer Schlange! Bewege ich mich aber vor? Nein! Das mach ich dir! Das sieht irgendwie abartig aus. Ich geliebe das! Das muss weg! Das muss weg! Das will ich nicht in meinem Zimmer! Weg da! Lass mich los, du hässliches grünes Ding! Dich dresch ich durchs Glas! Warte, ich leg dich hier drauf! Und... Und dann schlag ich's kaputt! Warte, lass los! Ich brauch was zum kaputtschlagen! Echt da... Da ist ein Hebel! Kommst du wieder her? Komm her! Wehre dich nicht! Es ist stärker als wir beide! Weg da! Lass los! Lass los! Jetzt... Jetzt ab! Weg! Nein! Wo bin ich? Geil! Ich hab' ich weiß gar nicht! Ich hab' ich weiß gar nicht! Ich lebe! Und du? Hm... Ich auch, hab' ich... Na easy! Du bist da außen! Das ist ab... Fast Anfang des Levels! Easy! Ich spring' hier rüber! Warte! Warte! Lass mich los! Du kriegst eine! Nein! Doch! Na los, zieh! Schwächlicher grüner Klumpen! Schwächlicher grüner Klumpen! Juhuuu! Na? Also ich werd' mich ergeben, wenn ich schufe! Es geht nicht doch jetzt! Was war? Ich lebe noch! Ich bin wieder drüben, auf unserer Plattform! Ich hab' dich einfach fallen lassen, Mann! Warte mal, ich probier' mal was! Du wirst das gar nicht, oder? Wenn ich auf den Boden knalle! Warte! Na doch, dumpfer Plopp! Schiebt er sein Brett durch die Kante! Ah! Hat's kaputt gemacht! Hebe das mal wieder raus! Das war nicht so gut! Brauchen wir! Hallo! Was raus! Warte! Ich helfe! Ja, hier, ne? Ein Stück! Hast du? Ja! Drück' mal von hinten! Nein! Ich lieg' auf dir! Warte, ich muss hoch! Du bist immer noch auf die Glashplitter gedrückt! Ich hab dich! Okay, jetzt kann ich helfen! Komm her! Warte, ich komm' rüber! Warte, warte! Was? Mach' hier die Seite! Neb' ich hoch! Okay, warte, ich komme! Komm her! Nein, ich hab' das Gelbe angefasst! Das Gelbe! So, komm! Ja, warte, warte, warte! Halt, halt, halt! Ich hab's, ich hab's! Oh nein! Ey, wir müssen das da- Ah! Wir müssen das auf die Zinken tun! Von diesem komischen Fahrstuhl! Oh nein! Ich bin zu stark! Ich hab's eh kaputt gemacht! Geht's dir schon! Für was war der überhaupt? Ich weiß es nicht! So, fahr runter! Oder ich tue das... Oder... Du kannst ja besser transportieren eigentlich als ich! Komm du! Von der Seite, ich von der Seite! Okay! Nicht! Ich war da noch gar nicht drauf! Jetzt haben wir's eingeklemmt! Fahr's hoch! Das kriegst du nicht raus! Haha! Vielleicht bist du! Haha! Okay! Geht nicht! Haha! Gleich sprich zusammen! Okay! Da hat's ja nicht mal alle! Haha! Jetzt einfach stehen! Süß! Haha! Mist! Haha! Ich hab roto noch zu hoch! Hab ich nur ein Stück nach unten! Guck mal! Okay! Fahr hoch! Fahr hoch! Ne lass so! Ey! Geh mal runter! Schwer! Das war doch ideal! Okay! Du hast es drauf! Ja! Kann es nicht anders sagen! Warte! Ich muss nur was mitnehmen! Okay! 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 Sehr gut! Okay! Sehr gut! Okay! Ja! Aha! Fetzt! Ja! 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 Das will ich sehen! Ey! Er hängt an der Leiter! Runde gewollt! Warte! Ich krieg's hin! Ich hör! Ja! Ich glaub's! Wenn's einer drauf hat, dann du! Na jetzt krass! Hm! Doch! Easy, alter! Easy! Ich steck mit dem Kopf in das Gitter fest! Jetzt ist es gut! Befrag mich doch nicht! Der Fettsack! Warte mal! Was machen wir jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Da drüben ist der Ausgang! Wir müssen das Brett... Ich muss das abziehen! Ja! Ich hab's! Und nun? Ah! Was ist die Idee ever? Hä? Weißt du was ich machen muss? Nein! Das hier! Warte! Ah! Ich schaff das! Ich schaff das! Cool! Jetzt steckst du es so wieder rein und ich blockier mich so selbst und boom! Ist da eine Glasscheibe? Ja! Ja! Soll ich jetzt? Ja! Hopp! Ast rein! Free! I'm free! Ja! Du hast es zwar nicht gemacht, nur ich aber egal! Oh mein Gott! Das ist die legendäre Borg! Na warte! Jetzt kriegst du erstmal den legendären Stein auf den Schädel! Oh nein! Ja! Komm her! Jetzt! Oh! Ey! Der ist nicht davon! Was ist denn der Brot? Schiss! Ich bin nach unten geföhnt! Ey nein! Wir müssen mit dem Stein das Schloss kaputt schlagen! Warte! Ehrlich? Ja! Weck! Mein Stein, was da zusammenkommt, Hopp! Du hast schon mit deinem Meistchen geleckt! Aber nein! Drochen Ablauf! Ne! Ne! Mit dir kann man nicht arbeiten! Da! Guck! 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 Was? Was sagst du nun? Ja, das hängt doch noch fest, Alter. Das musst du rausziehen. Warte, rausboxen? Nimm doch mal dein hässlich grünes Gesicht weg. Sehr schön. Cool. Ich komm bloß nicht durch. Ach so, jetzt. Du Trottel. Das musst du mal hinlegen, oder? Zum drüberbalancieren. Okay, kippst. Warte. Kampfst du denn in die Treppe hoch? Guck mal, guck mal. Guck mal, wie du gerade in die Treppe hochkommst. Oh, ne, aus. So. Sah völlig cool aus. Wunder von mir. Ich drück dich da drüben aus Kipper. Nein. Nein. Warte, ich weiß nicht, wie wir es regeln. Boah, da steht ein Schleuder. Nee, niemals. Bin ich. Müssen wir den Stab da drüberlegen, zum Balancieren, oder müssen wir mit dem Stab da hoch springen? Das habe ich jetzt noch nicht kapiert. Hä, ich biege es mit der Hand. Ich biege es mit der Hand. Alter, du Tier. Ich biege es mit der Hand. Ich bin so stark, dass ich kein großes Loch für dich bauen kann. Alter, krass, oder? Ja. Ich bin richtig fett. Stark, wenn ich frisse, er ist noch der fettig. Komm, setz dich rein, ich schieße dich rüber. Warte, warte. So. Willst du dich reinsetzen? Ich schieße dich rüber. Wir brauchen erstmal einen Stein. Ey, wie du es machst, Alter. Ich bin begeistert. Ich schläge es dir da zwar selbst den halben Schädel ein, aber es ist okay. Nice. Noch ein Schuss. Warte, ich ziehe. Nee, 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 ich ziehe. Ja, doch. Alles rein, alles rüber. Ich habe ein kleines Problem, in dem ich mich verbiege. Ach, ist schon. Ich bin begeistert, wie du es immer machst. Ah, ich habe es auch. Warte, warte. Nicht auf meinen Kopf. Au. Lass mich, lass mich schießen. Aua, böser Junge. Weg da. Du kriegst kein Abendbrot. Du gehst ohne Essen ins Bett. Du schiebst da. Du gehst ohne Essen ins Bett. Das sage ich, Mama. Guck mal, ich schiebe es weg. Ey, du kannst es wegschieben. Warte, hör auf. Wir müssen uns doch rüber schießen damit. Warte, warte, schieß mich, schieß mich. Ich will. Oh, ich schiebe es doch runter. Warte. Warte, nur ein richtiger Meisterkanal. Geh mal weg hier. Weg da. Also Weihnachtsgeschenke kannst du vergessen dieses Jahr. Das kannst du vergessen. Es gibt keine Weihnachtsgeschenke dieses Jahr. Lass mich los. Ich bin dein Vater. Aber ich habe... Du wirst mich fest. Du wirst mich fest. Okay. Ja. So. Schnell auf. Ey. Alter Mann, es ist kein Teezug. Lass mich. Ja. Ich hab's doch. Ich leiere es runter. Guck dir das an. Ja, guck. Ja, mach. Ja, guck. Guck zu, wie ich's mache. So rein mit dir. Ja, weil... Das ist Quatsch, weil du die Karre vorgeschaut hast. Wir müssen die weiter hinterschieben. Natürlich. Nein, nein, nein. Ich will mich jetzt hier hochgeschleudern. Warte, einen Stein schießt mir noch. Den großen hier. Warte, warte, warte. Okay. Tschüss. Ich hab mich selbst weggekommen. Cool. Das mach ich. Ich häng ja an den scheiß Stein fest. So, jetzt. So, jetzt. Ich hab ne Arrogschaft freigeschaltet. Ja, ich auch. Achso. Warte jetzt. Ich leiere es runter. Wenigstens geht er mir jetzt in ihren Keks. Ich kann in Ruhe ja... Warte. Warte, du. Du bist nach drüben. Meinen behinderten Leierkurs veranstalten. Warte mal, lass mich aber auch katapultieren. Wehe, du beendest das jetzt. Hä? Das ist 2 oder 5 Stunden, dass wir das hier beendet haben. Das ist bislang hier. Wuuu. Hossa. Wuhu. Aua. Kann ich schon mal weitermachen? So, ein bisschen zu lange bei dir. Was muss ich mit dem Hebel machen? Was? Hier denn? Ah. Yeah. Geil. Nach oben ziehen den Hebel. Okay. Wollen wir den richtig schweren Weg oder wollen wir den leichten? Wir nehmen den leichten. Hm. Den, den wir schaffen. Und du willst durch Fenster? Naja, die sind offen. Warte, ich schieb mit. Rücksicht ist an den Fenster. Warte, jetzt. Hahahaha. Also, ich geh da mal. Haha, du bist falsch. Booter? Ich geh da mal. Ja, das ist ne totes Falle. Wer ist auch nur da ran? Was ist mit dem Tor? Komm, wir fahren mit der Karas Tor ein. Nee, das nicht. Nein, nur auf. Ich mach doch gar nichts. Grüner Spinner. Warte, nein. Nein, nein, das kannst du gleich machen. Geh weg. Wenn ich drüben bin. Ey, hast du das gesehen? Nee. Wow. Da kamen wir übrigens her. Okay, ich hab's nur aufgemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Tür. Wo? Ja, hallo. Hallo. Hinter dir, hallo. Huh. Aha. Okay. Jetzt im. Was der kann, kann ich schon lange. Nein, sie dürfen hier nicht lang. Das ist nicht. Wollen wir in den Innenhof? Ja. Ja. Okay, ich bin eh drin. Was? Ah, 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 brauchen den Wagen. Oh hier, mehr. Ja, geh mal rein. Ins Wasser. Nee. Warum nicht? Ich mach mit. Ich spring. Du willst mit dem Wagen jetzt als Schiff oder was benutzen? Nein, da ist ein Stein drauf. Schon mal nachgedacht. Achso, ich dachte, das war ne Zeltplan. Warte, warte, lass mich, lass mich. Ich geh einfach fahren. Nein. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Ja, schick mal mit. Ja, vorne. Machst du. Ja, warte, 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 warte. Ich hab mir geling' gehofft. Guck mal. Ich fahr euch um. Ich ziehe. Du drückst, du. Nein. Du drückst. Ich hab bloß gelassen. Die Luft sprung und zieh. Zieh dich. Zieh dich. Du fettes. Da fette zieht sie nicht hoch. Jetzt. Wo ist meine? Nein, hier. Nein, hier. Ah. Und der nächste Sprung verkack ich. Easy, Dicker. Alter. Das hab ich doch wohl nicht geschafft. Nein. Oh. Mehr Glück als verstanden. Ah. 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 Ich sauf ab. Hallo. Wieso sind wir wieder hier? Weil ich auch gestorben bin. Mist. Den ersten Schumpf. Hallo? Hallo. Ich hab gesehen, wie er neben mir ins Wasser gefallen hat. Das kann doch nicht wahr sein. Hast du mit dem Wack gemacht? Ich komm hier nicht mehr hoch. Nein. Das war Glück. Oh. Und da bist du. Steh auf, Mann. Was ist denn los mit dir? Hast du das aus, weil er nicht aufsteht? Nein. Ach, Mann. Ist doch scheiße. Ja. Kann man doch irgendwie überspringen, aber ich weiß nicht mehr, wie er ran wird. Aber? Wieso springe ich denn an dieser blöden Lampe immer vorbei? Hä, warum? Kann ich ihn jetzt ins Wasser schieben? Ganz bunte Neue bringst. Okay, ein anderer Weg. Sei einfach bewusstlos. Nee, bleib bewusstlos. Ja. Aua. Komm jetzt. Bist du bewusstlos, oder? Nö, ich stelle einfach bewusst da. Die. Jetzt weiß ich nicht mehr, was Spanier machen muss. Hallo? 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 So. Das war's für heute. so los wo hin so und jetzt ist dann auch schluss für heute ich dachte schon hier wollen wir gerade ein